Hey meine lieben Freunde, willkommen zu euch bei Duke Nukem Forever! Auf dem Damm geht's weiter! Oh, wir haben immer noch ein geiles Duke-Mobil. Lassen wir mal krachen hier rum. Schau mal hier raus, jumpen! Zack! Der ist mit fastem Vogel, aber ich schaue so, wie das aussieht. Wäre geil gewesen, oder? Waaah, ich würde nicht schaffen. Waaah, 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 waaah! Ist das jetzt direkt an der Damm, oder? Ah, was ist hier passiert? Ich vermiet dann die ganzen Fische, Alter. Waaah, Baby! Ich muss nochmal ein bisschen mehr Gas geben. So ein bisschen verfehlt da vorne, ne? So zieh. Waaah, 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 waaah! Noch ist es nicht vorbei, noch liegen wir, eine. Die ist noch da, Baby! So. Ich bin ein bisschen besser auf dem Kopf. Waaah, 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 waaah! Waaah, waaah, waaah! Alter Schwierig! Okay. Waaah, die ist jetzt wirklich ehrlich. Oh, 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 oh. Der fließt hier auf mich. Oh, 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 oh. Das ist das. Das ist richtig fest. Hahaha. So, die sind weiter. Wer hat doch noch uns nicht geschossen? Da war nochmal einer. Oh, hier, guck mal da! Oh! Scotty. Beeman! Das ist echt. Ich bin der in der. Da ist einer. Hohohohoha! Kratz ihn an! Ich bin der in der. Ich bin der in der. Schmeid! Däugier! Däugier! Da spürt's einem das gut ins Gesicht, ey. Ich bin der . Oh! Ach! überlaufen jetzt los schnell hoch ach das war so geplant ich habe schon gedacht das ist ein Tod nein das wollte mir so natürlich wollte mir das so oh, dabei war er so sparsam im Sprechverbrauch ja, das muss ich auch sagen ach du scheiße was sind denn das für Fische hier wenn wir schauen was es hier zu holen gibt wir müssen zwei Ego-Punkte finden ja, mehr Material, mehr Wunderärsche außen ist Babycreme hi du, verdammt du, der Teufel soll dich holen der Imperator hat mir aus der Hand gefressen und du hast es vermasselt das hier, das ganze sterben all das ist deine Schuld du hast das zu verantworten, du jetzt muss ich zu Kreuze kriechen und versuchen das Porzellan zu kicken das du zerschlagen hast und ich hab extra gesagt misch dich nicht ein Mr. President, wir müssen jetzt gehen also ich find ich jetzt das geht aber nicht scheiße wir sprechen uns noch nicht juck ach ja das wird wir sehen mein Freund komm, verpiss dich doch komm ich geh mal vorbei hier und du und ich mach den Rest hier seht ihr eh so nichts-könner hier verpisst euch hier das ist jetzt im Upsens stets komplett ich will ja fragen was dich aufgehalten hat aber ich weiß, dass es ne geile Schnitte mit drei Titten war yeah hehehehe ja ja, das wissen schon die Leute kleine Insiderwitz ja was ich wehle Schweine und das ja ja scheißegal geile Blatt komm her ja loser da yes quick kleines Schweinchen quick hehehe ich glaub ich noch mal ein bisschen was wo ein bisschen mehr Bums hat hier komm wir hier wegfahren? ne ok ich kann mich fragen was passiert hier da hey halt ja oh oh shit wir haben auch noch ein Volokub so muss jemand noch aufgeben oder? weißt du mal wirklich wie sie wird ey jetzt reicht's aber hier ich glaub die machen fast keinen Schaden ne die haben dann in der in der in der in der in der in der oh was ist denn da? der sagt ist die die hihihi hey du wirst du da ist noch eine Frage der reflex Ja, die halten aber ganz schön was aus hier. Ich muss mal ein bisschen nachladen. Oh. Alter, was ist das? Alter! Nö, oder? Ach du Scheiße. Heilige Scheiße! Kann schon sein. Aber sowieso sind die anderen Kümmern hier. Autsch. Scheiße, ich bin nicht weg. Okay, ich glaube ich flieg zu den Holoduke. Mame. Ich räuchte den Kopf ab und kack dir in den Hals. Scherz! Das ist nicht weg. Metal Lord. Das ist ein Barsch! Was ist das? Was ist das denn, was ich? ...bricht es? Ja, das ist voll cool! Ah, ich muss mal nachladen. Alter. Himmel, Arsch. Ey, das ist ein blöde King. Er reißt mir den Arsch auf. Alter Schwede, wie er mir den Arsch aufgerissen hat. Fuck. Fuck. Alter Schwede, ich glaube, das müssen wir nochmal versuchen, ne? Verdammt. Aber wir haben ihn fast gehabt, den Arsch. Also ich glaube, hier kommt der noch. Gewiss gesichert! Ja, von diesem Schwarz wurde von der Warte überrollt. Dann wieder den Hügel, den Kuh, den Kuh, den Kuh, den Kuh, den Kuh verwenden, ey. Dann heben wir uns doch erst mal auf, ne? Okay, wir verstecken uns wieder hinten raus. Heilige Scheiße! Wir haben hier alles was von hier. Oh, das ist gut. 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 Jetzt. Oh, das ist gut. Ich will von mir aus. Auf deinem Arsch. Hey. ich habe ich habe ich stecken das ding rein wo es wehtut ja ganz schön und mit seinem eigenen Hörnchen erstocken worden gut gemacht alter alter das liegt doch ja nicht gut Was ist das? Holy Sh**t, Mann! Scheiße, ich hab die Kurase. Was? Was? Autsch. Autsch. Ego umführen. Ich bin jetzt erst mal wieder hier. Da ist Waffe. Da ist wieder ein bisschen Munition. Und weg. Abbrechen. Oh Mann, Schiff. Echt Schiff, Mann. Das ist eine Mannbruch, hier. Ja. Das muss ich ja noch. Erstmal muss ich hier auffilmen. Flettern. Komm. So. Nächstes Raum. Steckt dann da. So, jetzt sind beide auch fertig. Erniedrigen. Und noch einen in die Eier. Drecksau. So, ich glaube, er ist tot. Runter von meinem Damm. Runter von meinem Damm. Maximales Ego erhöht. Sehr gut. A gute Damm-Fight. Wohin? Heilige Scheiße, Duke. Das ist wie damals in Beirut. Du müsstest meinen Ständer sehen, Mann. Ich soll die Scheiße hier oben deichseln. Dich braucht Graves am Fuße des Dams. Hab ne Strippe für dich festgemacht. Da kannst du dich abseilen. Aber verbrenn dir nicht die Griffel daran. Keine scharfe Krankenschwester weiter und breit. Und Wixen ist dann für die Weile auch nicht. Hahaha. Verdammt. Geil, Alter. Der amerikanische Traum. Lass mich raten, ich muss jetzt da runter rennen. Shit. Woah. Zack. Runden. Okay. Ich hab gedacht, du musst Luft zu haben. General Graves ist dem Generator und Duke. Du musst durch die Tunnel und ins Kraftwerk, um dort hinzukommen. Aber du schaffst das. Oh, ganz bestimmt. Gibt's noch irgendwas? Nö. Okay. Auf mit dir und abwärts. Zack. Und ihr wisst, was das bedeutet? Die Schrumpfmaschine kommt dann im nächsten Part für euch. Es hat mir richtig gut gefallen. Okay, der war auch ein bisschen heftig heute. Der Battlelord. Aber ich denk mal, jetzt kommt keiner mehr. Die haben jetzt die Schnauze voll von mir. Bis dahinten. Schönen Tag noch. Ciao.